hallo so willkommen zur nächsten folge genau meinerseits auch ich schon jetzt schon drauf gegangen 500 ich kann nicht dann jetzt 500 und 900 500 900 jahr wir suchen uns aber direkt da weg bewegen noch wer hat bestimmt schon wieder die kopf geschrieben auf der wiese ich sehe nicht erstellt hat wirklich mitten auf der wiese 518 bin ich jetzt bei mir ist ein schwarzeichen bürger ich sehe 1 bist du beim schwarzeichen bald ja hier ist ein schluss aber wir müssen den am besten überraschen denn vielleicht sieht er mich ja schon da muss ich die wiese ja bleib du mal in den weiteren wenn er rauskommt wir müssen jetzt finden genau da bist du beim dorfer der geschehen da ich sehe das doch nicht siehst du ein dorf in welcher richtung ist das wiese ja gerade aus jahr ist es ist ich glaube durch den schwarzeichen weiter so alles hier bleibt bleibt nur noch versteckt und dann wollen wir zwei gegen eins also abhängig was ja das hat das ja auch noch das hat dann schade bist du ein weiterer ja ich bin jetzt beim dorf hatte das einfach zweigen einfluss unser teamvorteil ausnutzen ja können wir doch du kommst einfach mittag ich kann jetzt auch klatschen einfach er hat kein gutes kipp was erst für euren wo bist du ich dachte du kommst über den wald ein oder zwei hits noch ein ja er fliegt gut krieg den kill bitte einfach rauf er leckt ja selber leck oder ja ich hab so dumm für f5 der hat sich gerade umgedreht um zu gucken auf ihn verfolgen ja das waren manche leute auch gemacht aber ach du grünen oder wo bist du hinter dir ich wusste um das wasser laufen er hatte die erst zwei zwei mindestens naja zwei jonas 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 kommt 1 2 3 hatte er für dich er hatte zweimal schab 23 mal schab zwei wie oft hast du ich habe einmal geworfen du hast eine hat der kill gemacht oder war der einfach nur die tat ich habe jetzt die ganze die ganze rüstung kann ich auch erstmal behalten soll ich meinen die bücher mitnehmen papierbücher spitzhacken kannst du wegwerfen ein paar jahr steinschwert kann weg ja dann können meine eisenpicken weg ja wir haben jetzt so viele dias picken drei dias haben wir sprich werden bald für die schule jonas ein jahr noch kohle habe ich jetzt hat essen hat er auch voll viel essen weiß nicht ich habe es nicht um hier oben ist noch ein vertrautes schwert 1 2 3 4 5 mal schaffte ich habe auch noch einmal sechs mal schafften meter haben wir hast du wie viel eisen hast du 11 und 41 geschmolzen noch nicht geschmolzen ich habe mal kurz dann mache ich an das kann ich kann ich kann einfach zwei rüste machen weil ich habe noch drei ich habe mal hose schuhe und helm ja und jetzt kann also wir haben noch einen vollen am bus die hatte alle dabei gehabt und unsere und das sind unsere ok dann können wir nicht da gehen dann nimmt jeder ein 1 erwartet den breiten ich habe ich habe jetzt zwei hose schuhe kann ich mir noch nicht hochziehen dann brauchst du dir dann bräuchte es nicht dann gibt es sichern reisen mit essen hast du genug dass wir nicht da gehen können 20 39 du hast mehr als ich dann gehen wir nicht da würde ich sagen oder brauchst du noch was für das doch bücher oder ich kann ihm noch sagen ich kann die sache für bücher mitgeben jonas 41 bücher denn ich ja auch naja dann muss ich den bücher mitgeben ich guck mal warum geflämt hat jetzt kam nichts wollen wir den zeit fragen da habe ich über eine folge von ihm geguckt kampf die sache ist den kill kannst du dir dann denn er weiß immer noch nicht dass wir zu zweit sind die nächsten kommen schon die wollen eigentlich können wir schreiben gleich leute an ob wir kämpfen wollen 12 gegen 12 gegen zwei wieder mal was neues dass wir zwei gegner haben ja aber eins gegen eins ja zwei gegen eins ist halt für uns gut hat ihn auch noch mal an denn und gesagt nee der wird von schon nicht der ist bis jetzt ein dritter aufnahme oder zweite keine ahnung das einmal in seiner aufnahme wie connected was ich nicht verstanden hatte darf wieder zum sport ja ich laufe halt jetzt 800 die z koordinator runter denn der sport ist nicht bei 0 0 aber in der nähe oder nee wo ist denn er nur 0 wo ist denn jetzt worden ich glaube er war bei 200 oder minus 200 irgend sowas dann noch mal die richtung laufen ja die waren wir haben den sportlich aber ich glaube das ist das bium was in der nähe des bonds war ihr müsst erst mal z runterlaufen ja ich wollte sagen da war der auf jeden fall nicht ja das hast du recht etwas ja der wald war doch bei uns in der nähe also ich habe weil wir drin waren wir waren ja auch schon mal im berg biome waren beiden biome schon mal aber den kampf war ich klar ein bisschen aufgeregt aber so wie gestern geschenkt habe ich nicht weil ich dachte dass wir uns mit denen treffen ja wir hatten viel besseres equip wir haben jetzt ein übelst wir haben jetzt den übelsten equip vorteil mit und kills vorteil ja 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 Vielen Dank. 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 Und ich habe keinen Bogen. Also kann ich mir vorstellen. Ja, spawnen ja keine Mops bisher. Stimmt. Du warst eben da oben, jetzt bist du hier. Ja, weil er da nichts mehr ist. Ja, zum Faktionas. Aber 1 Stunde 5 Euro ist jetzt auch nicht so mit seinem Skin, ne? Ich kann richtig verschwenden, ne? Ich kann richtig verschwenden, was für die Bücher eigentlich umgehen, ne? Ja. Ja, theoretisch. Ja. Du bist der Einzige, der die ich verbrauche. Ja, ich kann mir nochmal Pro 2 machen. Dann habe ich Pro 3 auf meinem Brustpanzer, ne? Flo? Oh fuck, warte mal. Oh fuck, warte mal. Ich brauche nur noch Level. Ich kann schon auf Schab 5 gehen, Jonas. Ich habe 3 Brustpanzer, ne? Das ist gut. Ich gehe jetzt auf Schab 5. In Folge 4. Also, ich kann es noch nicht fertig machen, denn die Zeit ist ja relativ eng, jetzt so. Ah ja, stimmt. Aber im Endeffekt, ich habe alle Rohstoffe. Ich habe schon 3 Schab 3 Schwerter, Jonas. Ich muss noch 2 Schärfe 1 Schwerter machen. Hier würde ich fein, würde es so News geben. Ja, das Team B-Team hat in Folge viel auf den Weg zu Schab 5. Ne, Folge 5 ist das schon. Stille, wir haben ja gerade... Ach ja. Aber trotzdem. Das ist schon insane. Wurde ich sagen, wenn wir uns gleich mit einem Team treffen, können wir einen Effekt schreiben. So Spawn. Und dann fahren... Wollen wir die anderen noch hochklagen oder wie machen wir das jetzt? Müssen wir noch eine hochklagen? Nein, nein, nein. Eine am Tag und du darfst 9 in der Woche und 3 am Tag aufnehmen. Sprich, wir dürfen noch eine aufnehmen heute. Und eine ist online. Mehr darf heute nicht kommen. Also eine darf nur noch... Ja, eine dürfen wir noch aufnehmen. Die 2 Minuten fahren wir jetzt noch effektiv und dann... Richtig. Und dann fragen wir erstmal nach Kampf. Und wenn jemand kämpfen kommen will, vielleicht mit dem privat, dass er ja spawned kommt. Und dann können wir noch weiter fahren. Ich hab Schab 3 gleich. Ich hab Schab 4 Eisen. Schon mal. Alter läuft das wie Buddha. Fünf Level brauche ich. Also jetzt mal ganz im Ernst. Das läuft übelst krass bei uns. Das hätte nicht besser laufen können. Wer... Ich wollt grad sagen. Dieser... Dieser... Dieser Killgrad hat uns gefühlt extrem weit nach vorne gepusht. Warum? Äh... Obwohl der halt nicht so stark war. Aber er hat halt so viele Bücher und alles mögliche gehabt. Bücher... Alter, der hatte... 6... Schab 2 schwerer Jonas. 6... Ja, das ist halt einfach insane. So ich mein... Ich hab Schab 3, ne? Perfekt. 10,75 Attack Damage. Und Protection 3... Ihr Panzermann. Nice. Fünf... Ich glaub mein Amboss geht gleich kaputt, der hier. Ich hätte noch einen. Ja, ich komm gleich wieder zu dir. Wenn's kaputt geht. Also ich hab einen sehr kaputten und noch einen... Als ob ich hin darf nix bekommen. Unehre. Schärfe. Also ich wieder keine Schärfe bekommen. Schärfe. 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 Keine Schärfe. Schärfe. Okay, mein Amboss ist jetzt aufgebaut. Immer noch keine Schärfe. Alter. Ich hab mich grad verarscht Jonas. Glaube ich dir. Schärfe. Wie viel haben wir denn jetzt noch? Drei. Okay. Wie viel Diapacken picken hast du? Äh... Drei. Okay. Also ich könnte dann noch mal eine neue tragen. Also die ist jetzt... Also hättest du gerne einen Diapicke von mir? Vielleicht. Ich möchte gerne einen Bogen haben. Ich hab nämlich schon Power 2 da. Bist du? Da ist mein Schärfe. Ehre. So. Hast du jetzt Schärfe 4? Ne. Also Schärfe 4 hab ich schon lange. Ach so. Ach so. Was frag ich denn überhaupt? So in Folge 5, Schärfe 4 ist ja... Ne. Ich hab grad mein Buch. Äh meine... Zwei Schwerter. Wenn wir in der Nähe ausloggen. Komm zum Portal nochmal. Wenn du kannst. Äh... Ne. Ich würd noch weiter fahren. Hier ist grad gut Dings. Ich... Wir treffen uns eh gleich. Wir müssen uns eh gleich treffen. 10 Sekunden haben wir noch. Ich hab 30. Du wirst wieder vor mir gejunt. Auf unehre. Passiert. Ich farm die Zeit noch effizient. 5... 4... 3... Ah. Bin weg. Du bist 13 Sekunden vor mir gejunt, Jonas. Tchuuu. Ja, kann sein. Was merk ich mir? Was hab ich denn? Ähm... Ja, okay. Mach ich gleich. Gut. Das war's auch mit meiner Folge. Haut rein. Und... Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.